Was ist der Ballett für Donauwalzer, Sphärenklänge, Radetzky-Marsch? Marschwalzer-Volker ist natürlich einfach mal dieses Ballett, das ich vor einigen Jahren gemacht habe in Mainz. Zu Donauwalzer, Sphärenklänge, Radetzky-Marsch und so weiter. Es ist einer der Arbeiten, die am meisten Erfolg hatte, aber natürlich zur Musik der Söhne Strauß und Vater Strauß war es eigentlich immer ein geheimer Wunsch, es vielleicht in Wien zeigen zu dürfen und somit habe ich es programmiert. Gleichzeitig aber habe ich vor zwei Jahren in der Süddeutschen über Susanne Bisowski gelesen, diese wunderbare Designerin. Und da dachte ich, das wäre es doch mit ihr zu kollaborieren und das neu aufzuarbeiten. Natürlich hat mich der Wien Bezug ihrer Kunst, und ich würde das fast, ja ich würde das Kunst nennen, angesprochen in Bezug auf dieses Stück Marschwalzer-Volker. Andererseits die Intensität, der Reichtum, aber auch die Achaik. Also dieses Integrieren, alles was man auch unter Tracht versteht und gleichzeitig dem eine moderne Schraube zu geben, die einfach wirklich einzigartig ist. Es ist wirklich etwas Extraordinary. Es ist wirklich etwas Extraordinary. Was ist hier in Bezug auf Nacht? Was TaKO hat,